Komm, ich bin Golf. Boah, hab ich hier so einen Golfschläger, Alter. Du nüsst. Na? Nein. Hä? Meiner ist verschwunden? Da ist er doch. Ich seh den nicht. Wie ist das gemacht? Sprinten und Rücken. Hier gibt es ja nichts mehr cooles. Ja. Jetzt die Tür fahr mal auf, warum? Toll. Bin ich wieder da, wo ich am Anfang war? Hier ist eine Alexa. Wenn ich die drücke, Server ist auch klein. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr so schnell. Wenn ich die drücke, dann würde ich mir das. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Kann ich dich heilen? Oh nein. Oh, hä hä hä? Leute, hier sind Stromkabel. Ui. Der Kiefer ist wieder auseinandergeflogen. Ich wollte nicht. Doch. Sachen gucken. Und Schnaps suchen. Hey. Hm, das macht irgendwie kein Wui Wui. Geil, ich hab Schrott gefunden. Haha. Oh. Schau, dass man hier im ersten Teil hier Auto fahren kann. Hm. Hm, kommt vielleicht. Für eine Batterie. Hopp. Batterie musst du hier rein machen. Hä? Ah, ne. Hä? Hast du ne Sicherung? Hm, hm. Mach zu suchen. Wollen wir erstmal weiter zu Dings? Hm. 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 Schön doch, das ist ein Schnellreise. Damit Performance gespacht werden kann. Ja, das Scream ist auch so geil, Digga. Ja die haben ja keine Open-World gemacht, sondern so ne halb Open-World. Ah klar. Mit mehreren Map-Abschnitten oder was? Ja, so Stadtteile halt. Okay, find the Halpern Hotel and help authorities that immune Amy would like a word. Das ist der Grund, warum wir das Spiel noch spielen können mit unseren Grafikkarten. Was nicht läuft wird zum Laufen gebracht. Hat endlich einen Grund, um ein PC zu upgraden. Ich hab ne F-Bar geholt. Hat irgendwie schon mal Clash-Eis. Was ist das? Alter, die ist voll geil. Weg nach Seife. Digga, der Golfschläger schallert hier voll rein. Der hat nen Schlagstock, der hat sich reingeschallert. Hier kann ich graften. Alter, du kannst sie hier reparieren. Na, da hab ich nicht. Ich glaub ich hab grad meine Waffe ausser sie verschlechtert. Was ist das? So gut. Nein. 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 Ich schlag gegen eine Tafel. Kettenreaktionen und alles explodiert. Hahaha. Ich schlag gegen eine Tafel. Ich bin da nicht. Good night. Was schlägst du da? Mit Mama. Mit Mama? Hammer. So. Ich kann das anmachen. Oh, jetzt ist er unter Strom. Ah, du hast geredet. Stimmt. Liefst du auch noch? Ich hab nur SMS gelös. Nein. Tch. 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 Alter, das ist schade. Ich bin wohlwürdig. Ich bin dort. Oh mein Gott, dich auch gleich. Wo ist er von uns? Guck mal, siehst du? Leute, was ist denn hier? Das ist noch keiner. Tschüss, ich bin ja gar nicht ab. Willst du einen Schlag kriegen? Ja. Jetzt habe ich auch einen Schlag bekommen. Die sind glaube ich scheiße, ne? Nee, geht. Die sind voll gut. Ja, aber das ist schwache Zombies waren. Hier, greif mal den damit an. Gucken, wie lange du mit dem beschäftigt bist. Den hier? Hm. Okay, ja, geht's. Ich habe irgendein Ventil, wo kann ich das reinstecken? Hier? Nee. Nein, nein, vergiss es. Wo wolltest du es? Ja. Gute Frage, wo wollte ich? Hier. Was habe ich jetzt gemacht? Oh Gott. Irgendwie hört gar nichts. Warte. Als ob die hier unbewachnet alle rumlaufen als Zombies. Ah. Nee. Doch. Ah, doch, 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 doch. Hey, jetzt brennt hier alles. Lass dich hier raus. Was hast du gemacht, Mann? Gar nichts. Ja. Hey, jetzt brennt hier schon wieder alles. Ops. Oh nein. Wo ist denn der? Ich hab den Kopf abgemacht. Ich hab den Kopf abgemacht. Schlack mal die Scheibe hier ein. Wieder. Na, geht nicht mehr. Nicht mehr. Und zwar, ich hab den Kopf abgemacht. Ich habe den Kopf abgemacht. Oh nein, ich hab den Kopf abgemacht. Japp, du weißt. Ich hab die Daryo. Ich hab den Kopf abgemacht. Oh nein. Ich hab die Daryo rum. Da ist aber viel was da drin Da ist noch ein Läufer Da ist noch ein Läufer Wie stark sind sie Direkt mitten auf dem Schlachtfeld einfach spawnen Ja Batterie Hat ein Boss ne Batterie Ich? Wofür? Für den Generator oder was? Nein Welcher Generator? Da steht Aha Ach ruhig Für den Streitkolben Nein Guck mal was ich bekomme Warte ich will mal Streitkolben ausprobieren Tja Bis ich die mal tot gemacht hab bin ich längst tot Der hat doch bestimmt ne Autobatterie Der hat doch bestimmt ne Autobatterie Ich hab Batterie gefunden Du hast auch eine Ich brauch dich zu verschwinden So wie geht das jetzt? Achso Hast du die da raus geholt? Hier? Ja 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 Das ist nicht gesehen Ja Das ist die Evac Da Ja Es ist Es ist Es ist Es ist Du 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 Wollen wir einchecken? Ja Einchecken Oh Oh Of D Ja Ich hab mir stärker vorgestellt Wie das aussieht cool Da wollte wohl jemand nicht ausschicken Bucke Hinter und well this is someone alive hello welcome to the help hotel where we are dedicated to providing you mit den ultimaten Luxury Getaway. Für Raum Reservations, press 1. Wedding Planning Services, press 2. Other Event Bookings, press... Für Intimate Wedding, press 1. Für unsere Grand Celebration. Wir brauchen Hilfe! Komm mal bitte! Ich fühle mich aber noch so blöd und hieb die auf, wie wenn die an ist. Oh! Schaufel hab ich rausbekommen, was nen Scheiß. Dann haben wir da! Schaufel haben wir rausbekommen. Mach Hilfe! Ach, mach doch runter! Fahrrad zu hoch! Schauf! Ach es ist auch was! Schauf! 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 Ah! Wo ist ne Steppenhaus? Warte wir kommen von hier Komm ich nicht raus Hier komm her Ich war da die ganze Zeit das ging nicht Weil ich am Boden lag Schon Ich habe mich nicht mehr 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 Wir müssen mich finden Boah wie viele Medikets liegen hier rum Was ist hier passiert? Was sind die Lechten hier rumliegen? Bring mal in den Pool Fällig reingesprungen Sieht schon ungesund aus Oh Ist doch alles drin was du findest Hahaha Ich versiere das Hotel, ja und? Hotel, cool. If you're still looking for your loverboy, it's in the pool, mingling. But don't worry, sweetheart. You can still have your first dance. You got some problems, lady. Oh, nein. He's woken everything up. You're so... You're cool. Why? You're so... You're so... Fleisch-Dings. Hey, da hab ich aber... Shurikens. Oha. Hm. Was ist denn? Ich hab mal richtig Bock sowas mit dem echt zu machen, ne? Zombie-Aberkollisse Ja man Es ist ein Mischof-Aberkollisse